Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Elektronische Rechnungen gehören mittlerweile zum Alltag eines jeden Unternehmens, unabhängig von der Unternehmensgröße, könnte man meinen. Aber ein PDF-Dokument als Anhang einer E-Mail ist noch längst keine elektronische Rechnung. Das ist deshalb so wichtig zu wissen, weil die Einführung der elektronischen Rechnung bereits EU-weit beschlossene Sache ist und jetzt auch in Deutschland umgesetzt werden muss. Darüber spreche ich heute mit Tom van Gaver. Er ist Gründer und CEO von Billets. Herr van Gaver, was unterscheidet denn nun das PDF, das per E-Mail verschickt wird, von einer elektronischen Rechnung? Die elektronische Rechnung ist die Zukunft. Sie wird sofort verschickt in die Finanzsysteme ihrer Kunden. Sie bleibt nicht im E-Mail-Postfach ihrer Kunden liegen und kann auch nicht von Dritten abgefangen werden. Das ist einfach die Zukunft. Ein PDF ist für die Nutzer. Eine elektronische Rechnung hingegen ist für das System, das ihre Kunden zum Bezahlen verwenden. Welche Unternehmen sind denn von der neuen Regelung betroffen? Alle. Alle Unternehmer. Jeder, der heute eine Rechnung an den Staat stellt, ist bereits betroffen. Schon seit ein paar Jahren ist das so. In Zukunft wird es auch verpflichtend sein für B2B. Es ist also sehr wichtig, dass sich jeder mit dem Thema schon jetzt auseinandersetzt. Was steckt denn dahinter? Aus welchem Grund hat die EU diese Pflicht beschlossen? Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste ist Rechnungsbetrug zu verhindern, denn das ist auf der ganzen Welt ein beträchtiges Problem. Sie müssen nicht mehr so lange wie heute auf das Geld mit ihrer Kunden warten. Außerdem ist der Staat an dieser Regelung interessiert, weil es eine potenzielle Lösung für die Wettgap und Wettbetrug darstellt. Nun ist die elektronische Rechnung meiner Beobachtung nach noch überhaupt nicht angekommen in deutschen Unternehmen. Es ist hier kein großes Thema. Wann sollten Unternehmen oder müssen Unternehmen anfangen, sich darauf vorzubereiten? Ja. Sie sollten sich schon heute darauf vorbereiten. Bereits jetzt ist es in einigen europäischen Ländern Pflicht. Das deutsche Finanzministerium beschäftigt sich aktiv damit, wie die Regelung in Deutschland implementiert wird. Also sollten sich auch Unternehmen schon jetzt damit auseinandersetzen, denn die elektronische Rechnung kann ihnen schon jetzt viel Zeit und Geld einsparen. Wird das wieder eine Pflicht, die unnötig Geld kostet? Nein, nein, absolut nicht. Es ist sogar günstiger, das elektronische Rechnungsverfahren zu benutzen. In Belgien gibt es eine Universität, die das errechnet hat. Danach kostet es sie offenbar acht Euro, eine Rechnung auf Papier per Post zu versenden. Bei PDF sind es vier Euro und mit der elektronischen Rechnung liegen wir ungefähr bei 30 Cent. Sie sparen also Zeit und Geld mit dem elektronischen Rechnungsverfahren. Also gibt es aus meiner Sicht absolut keinen Grund, nicht schon heute darauf zu setzen. Okay, wenn ein Unternehmer erst jetzt durch dieses Interview darauf kommt, auf das Thema und sagt, okay, das ist also für mich wichtig, was kann er jetzt konkret als ersten, nächsten Schritt tun, um sich darauf vorzubereiten? Das ist eine sehr gute Frage. Schon heute stehen viele Lösungen zur Auswahl. Eine davon ist zum Beispiel Billet, wo Sie sich kostenlos registrieren und Ihren Account in ein paar Minuten einrichten können. Dann sind Sie tatsächlich fertig. Wenn Sie Ihr Kunde um eine elektronische Rechnung bittet, sind Sie bereit. Okay, vielen Dank, Tom van Rhaver. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.